Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, herzlich willkommen zu eurer Yoga-Sequenz für einen entspannten Nacken. Als allererstes möchte ich euch ans Herz legen, nehmt euch eine gute Creme. Ich habe hier so eine Creme aus dem Kundalini-Yoga, da ist so ein bisschen Menthol drin und da cremt erstmal etwas euren Nacken ein. Das hat bei mir so ein bisschen kühlenden Effekt. Gebt manchmal auch so eine Pferdesalbe, einfach was ihr da habt oder ein schönes Öl und dann langsam löst auf und spürt mal in euch hinein. Nehmt ganz bewusst euren Nacken wahr, wie er sich jetzt gerade anfühlt. Zu Beginn möchte ich euch bitten, ein, zwei, drei mal eure Schultern zu kreisen. Das heißt, wir atmen ein, ziehen die Schultern nach oben, ausatmen, Schultern tief. Noch zweimal einatmen, einatmen, ausatmen, Schultern tief. Ein letztes Mal einatmen, ausatmen, Schultern tief. Ganz bewusst deinen Nacken wahr. Vielleicht magst du dir hier an dieser Stelle die Frage stellen, was sitzt mir vielleicht im Nacken. Und dann nehmt eure rechte Hand und stellt euch vor, auf dieser rechten Hand befindet sich eine Farbe. Und ihr bringt diesen Finger an eure Nasenspitze mit der Farbe und fangt an, so ganz kleine Achten zu machen. Vielleicht auch ein paar größere Achten. Vielleicht stellt ihr euch auch vor, ihr würdet dieses Unendlichkeitszeichen machen. Diese unendliche Liebe, unendliche Freundschaft, was euch immer hier einfällt. Und dann macht Acht Achten. Acht und es ist vollbracht. Manchmal knistert es so ein bisschen. Das ist ganz normal. Und dann auch gerne wieder ein paar kleinere Achten. Vielleicht auch wieder ein paar größere. Und noch für die letzten drei die Richtung wechseln. Und dann spürt nach. Nehmt ganz bewusst hier euren Nacken wahr, wie es sich jetzt anfühlt, während euer Atem gleichmäßig ein- und ausfließt. Schau, dass deine Wirbelsäule aufrecht gerade ist. Und jetzt nimm deine rechte Hand und die rechte Hand zieht nach unten. Die linke geht hier an die Schläfen. Und wir öffnen den Hals-Nackenbereich. Gleich achtsam, behutsam, niemals ziehen, zerren. Und vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter nach unten ziehen. Aber immer achtsam. Und dann bleibe hier zwei Atemzüge. Atme tief ein und aus. Und stelle dir vor, du würdest mit jeder Ausatmung alles loslassen. Hier lösen wir auf. Wir wechseln gleich die Seite. Deine linke Hand zieht nach unten und die rechte hier an die Schläfen. Dein Atem fließt. Und vielleicht noch ein bisschen mehr mit mit deiner linken Hand hier nach unten ziehen. Aber immer achtsam, behutsam. Und dann weitere zwei tiefe Atemzüge. tiefes Ein- und Ausatmen. Und ein letztes Mal ein. Und mit der Ausatmung lösen wir auf. Nimm die Hände wieder auf deine Oberschenkel und spüre kurz nach. Spüre, wie sich dein Nacken jetzt gerade anfühlt. Während dein Atem gleichmäßig ein und ausfließt. Und als nächstes stellt euch vor, es ist noch etwas Farbe an deiner Nasenspitze und bewege deine Nase zu deiner rechten Schulter. Ganz achtsam, behutsam. Und mit der Ausatmung ganz langsam wieder über die Mitte auf die andere Seite. Ganz langsam, behutsam. Und dann wieder auf die andere Seite. Deinem eigenen Atemrhythmus. Atem führt Bewegung. Das Ganze noch zweimal. Und dann komm einmal noch hier zu deiner rechten Schulter. Und dann löse auf, komme zur Mitte und spüre hier nochmal zwei Atemzüge nach. Die Brust, dein Herz ist geöffnet, geweitet. Und die weitere Bewegung geht nach unten. Und du atmest ein. Öffne dich. Der Hals streckt sich. Und mit der Ausatmung tief. Einatmen. Komm langsam nach oben. Ausatmen tief. Noch zweimal. Einatmen nach oben. Ausatmen tief. Ein Ein letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Und dann komm in die neutrale Position und spüre hier kurz nach, dass dein Atem fließen und ihm ganz bewusst deinen Nacken wahr. Eine letzte Übung. Wir fangen an, unseren Kopf zu greifen. Aber ganz achtsam. Ganz behutsam. Niemals zerren oder ziehen. Es knistert manchmal oder es knackt. Ganz normal. Kompletter Radius. Und dann langsam. Versuche die Richtung zu wechseln. Atem führt auch hier wieder in die Bewegung. Noch zweimal. Und ein letztes Mal. Und wenn du hier wieder angekommen bist, löse auf und spüre kurz nach. Geh ganz kurz nochmal mit deinem Bewusstsein in deinen Nacken. Und vielleicht ist schon etwas gelöst. Mit der nächsten Einatmung. Nimm die Arme über die Seite. Mit der Ausatmung. Bring dir die Hände hier vor dein Brustbein. Noch weitere zwei Mal. Einatmen. Arme lang. Ausatmen. Hände vor dein Brustbein. Ein letztes Mal. Einatmen. Arme lang. Ausatmen. Hände vor dein Brustbein. Ja, ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier mit mir Yoga praktiziert habt. Für einen entspannten Nacken. Ich wünsche euch eine schöne, gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. In diesem Sinne. Namaste.